Musik Das Land Vorarlberg hat als bedeutender Industriestandort viel zu bieten. Land auf Land ab finden sich Unternehmen, die sich in diversen Nischen spezialisiert haben und dementsprechend erfolgreich sind. Mitten im Herzen von Wollfurt hat sich dazu auch die Firma Fidel Gmeiner GmbH und Co. KG einen Namen gemacht. Seit dem Jahre 1925, also schon mehr als 90 Jahre, wird hier Papier zu hochwertigen Hülsen und stabilen Rohren verarbeitet. Musik Angefangen hat unser Urgrossvater mit der Produktion von Kartonschachteln für das Verpacken von Taschentüchern. Doch schon bald erfolgte die Spezialisierung auf die Herstellung von Kartonhülsen, Rohren und Kernen. Heute bieten wir unseren Kunden als eines der wenigen Unternehmen in Europa Hülsen in allen vier möglichen Produktionsverfahren an. Also parallel, spiral, konisch und zylindrisch gewickelt. Dabei werden nicht nur Standardprodukte hergestellt. Ganz im Gegenteil, die sehr breite Produktpalette reicht von 5 mm Innendurchmesser bis 500 mm Außendurchmesser und bei der Wandstärke von weniger als 1 mm bis zu 20 mm Dicke. Geeignet für Belastungen von mehr als 3000 kg. Auch die Entwicklung von Sonderlösungen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Ebenso wie die Entwicklung neuer Produkte wie aktuell dem Öko-Fusselroller, sprich Kleiderroller. Innovative Lösungen gehören bei uns zum Tagesgeschäft und bilden eine wichtige Basis unseres Schaffens. Kerben, Nuten, Löcher, geschlitzte Hülsen, aber auch wasserabweisende Oberflächen oder releasefähige Hülsen werden genauso produziert. Wie bedruckte Hülsen, neuerdings auch mit QR-Code. Durch diesen Innovationsgeist wollen wir das Bestehen als erfolgreiches Familienunternehmen weiterhin sichern. Dazu verhilft uns gerade auch beim Fusselroller der vom Patentamt erhaltene Gebrauchsmusterschutz. Das Unternehmen Fidel Gmeiner GmbH & Co. KG befindet sich seit 1994 in den Händen der vierten Generation und wird stetig ausgebaut. Seit dem ersten Tag gleich geblieben, ist dabei der konstant hohe Anspruch an die Qualität der produzierten Waren. Als Verkaufsleiter weiß ich, dass unsere Kunden vor allem unsere Qualität, Flexibilität und gebrauchsspezifische Ausführungen unserer Hülsen sehr schätzen. Auch deshalb werden gut 50 Prozent unserer Produkte ins Ausland exportiert. Sehr positiv ist dabei die Tatsache, dass wir Anfang dieses Jahres österreichweit eines der ersten 50 Unternehmen waren, das sein Qualitätssicherungssystem entsprechend der internationalen Norm ISO 9001 Version 2015 zertifizieren ließ. Aber nicht nur die Qualität muss passen. Die ganzen Produkte werden auch mit einer dementsprechend hohen Nachhaltigkeit produziert. Das Thema der Nachhaltigkeit ist für uns von besonderer Wichtigkeit. Unsere Hülsen bestehen fast zu 100 Prozent aus hochwertigem Recyclingkarton. Nach deren Gebrauch gelangen sie größtenteils wieder zum Altpapier. Wir sorgen damit für einen geschlossenen Kreislauf der Wiederverwertung. Um die Zufriedenheit der Kunden zu gewährleisten, braucht es gute und vor allem engagierte Mitarbeiter. Genau hier setzt das Unternehmen Fiedlgmeiner an. Lehrlinge haben die Möglichkeit, sich zu Prozestechnikern ausbilden zu lassen. Interessenten dafür sind immer willkommen. Die Aufgaben eines Prozestechnikers sind vielfältig. Diese beginnen vom Auftragseingang über die Optimierung bis hin zum Auftragsausgang. Ich lerne jeden Tag etwas Neues dazu und bin voll in die Arbeitsprozesse integriert. Das mit dem Zertifikat Familienfreundlicher Betrieb ausgezeichnete Unternehmen punktet aber auch mit attraktiven Arbeitszeiten und Urlaubsregelungen sowie günstigen Mitarbeiterwohnungen in unmittelbarer Nähe zum Betrieb. Ich bin mittlerweile seit 20 Jahren im Unternehmen. Was mir ganz gut gefällt, ist die Kommunikation zwischen der Mitarbeiter und der Vorgesetzte. Also es ist eigentlich Kommunikation auf Augenhöhe. Und was mir ganz besonders gut gefällt, ist die recht flexible Einteilung von der Arbeitszeit. Ich bin schon einige Jahre in der Firma. Obwohl es von Männern dominiert wird, fühle ich mich wohl und habe auch die nötige Unterstützung. Ich bin jetzt seit bald fünf Jahren bei der Firma Gmeiner in der Administration als Teilzeitkraft tätig. Was mir sehr gut gefällt bei der Firma Gmeiner ist das familiäre Arbeitsklima, meine vielseitigen Tätigkeiten und Arbeitsbereiche und das umfangreiche freiwillige Sozialangebot, das wir von der Firma Gmeiner aus bekommen. Und für mich als Mama sind besonders die flexiblen Arbeitszeiten sehr wichtig, das ich sehr schätze. Das gute Miteinander steht bei der Fiedl Gmeiner GmbH und Co. KG im Mittelpunkt. Nur dadurch ist es auch möglich, am hart umkämpften Markt zu bestehen und optimistisch in die Zukunft zu blicken. Gemeinsam in eine Richtung ziehen, zusammen mit allen Geschäftspartnern, ist auch das Ziel für den weiteren Erfolg.